so hallo leute heute ein kleines crystal opening video und zwar öffnen wir die kristalle in den quenpool und howard the dark drin sein können wir haben zehn stück das ziel ist ein von beiden als drei sterne zu kriegen und natürlich vier sterne ist auch gut aber setzen wir die ziele lieber niedrig schon schwer genug aus diesen kristallen 1 als drei sterne zu bekommen dann mal schauen wie das so läuft und unser erster kristall wird ein zwei sterne spiderman keine ahnung wie hoch tisch 76 ok so so erwarten wir mal kurz so zwar da waren ganz viele spider quenzen sind ganz viele äh nicht bei der quenpuls zwei sterne iron man ja leute den brauchen wir der signature 98 lässt jetzt mein fünf sterne iron man gedubt schon im schatten stehen nicht okay komm quenpool naja zwei sterne ultramatisch glaubt er ist auf 99 90 nee 87 ja je spin to win und was kriegen wir hulk ja so vielleicht wenigstens ein drei sterne champion bitte kabam komm schon seid nicht so joe fixe danke kabam danke danke fuck komm jetzt vier sterne kabam und zwar ein quenpool das wär jetzt ganz nice und wieder der zwei sterne spiderman und ich glaube jetzt hat es sich aufgehangen guck mal stehen bleibt das hat jetzt sehr lange gedreht für eine zwei sterne magic nein danke ich bin kein drei sterne kristall komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon uh nightcrawler wäre auch nice kann immerhin drei sternen letzte chance auf gwenpool der haut sehr ich weiß wenn diese gefeatured ein kristall auch mal wirklich diese champions geben würde ich denke für noch jetzt noch ein counter ein wie viele kristalle wir aufgemacht haben mit irgendeinem gefeatured champions und wie oft er da drin war count steht hiermit auf null ja iron man 99 kommen im club kann ich mir leider auch nichts verkaufen ja leute oh den machen wir noch auf und nein ok so leute tut mir leid ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen und ich wünsche euch mehr glück bei euren kristallen haut rein